Und damit meine Freunde, herzlich willkommen zu Spieltag 16, der GPL 16 oder 15, da müsste ich gerade wirklich lügen, Spieltag 16, habe ich gerade nachgeschaut, gegen den lieben Present LP, ihr seht, das Ganze wird diesmal nachkommentiert, es ist ganz einfach daran, dass ich bei den aktuellen Temperaturen nicht live kommentieren kann. Zumindest nicht zu der Uhrzeit, zu der wir den Kampf ausgetragen haben, ich kann tatsächlich nur bis ungefähr 12 Uhr und dann ab 22 Uhr in meinem Zimmer sitzen und aufnehmen, ansonsten ist das für mich absolut die Hölle. Wenn der dieser Kampfnachmittag stattgefunden hat, kommentiere ich den jetzt nach, wir sehen bei uns Blasho King, wir sehen mein physisch-offensives Donphan, wir sehen Parfines, wir sehen mein Mandibus, mein physisch-defensives, mein physisch-offensives, ähm, Zapplarang und mein Skelabra und bei ihm sehen wir Latios, Elphun, sein typisch-defensiven Koros, Florgas und Vastelka, sein Megapinsir und sein Rotom Wash. Ich hatte gehofft, er nimmt Megapinsir nicht mit, denn mir ist aufgefallen, dass Megapinsir mein Team ziemlich kaputt machen kann, aber ob es das getan hat oder nicht, erfahren wir jetzt. So, presently mit mir kämpfen, wir werden sehen, ich liege mit Elisabeth, weil ich mir dachte, das kann so ziemlich alles von ihm recht gut handeln und er startet mit Rotom Wash. Er geht auf ehrlich, wer verfehlt das, war schon mal ziemlich lucky von mir, ich gehe hier auf den Psycho-Schock und sehe, okay, es macht ungefähr ein Viertel, ich habe keinen Grund auszuwechseln, denn mein Lasho-King kann alles von ihm am besten tanken, gehe hier auf Siedelwasser und wir sehen, Siedelwasser macht ein bisschen weniger Schaden, ich hatte hier gedacht, vielleicht wechselt er jetzt aus, vielleicht kriege ich den Burn, ist doch relativ egal, egal was wir machen, wirklich damage-mäßig gibt es da keinen großen Unterschied. Hier bin ich glaube ich auf den Eisstrahl gegangen, den Voltwechselprediktant und nichts in seinem Team möchte unbedingt einen Eisstrahl fressen, außer dem Postelka. Und ja, er geht hier auf Latios, ich gehe auf den Eisstrahl, hat mich natürlich gefreut und wir sehen, das macht knapp die Hälfte. Ich nehme hier Schaden durch meine Feuerattacke, durch die Verbrennung. Ich war mir hier nicht sicher, entweder roostet er oder er geht auf irgendwas, was mich rausnimmt, denn Draco-Meteor hätte mich gekillt bei der Range. Deswegen wechselte ich hier aus, den Draco-Meteor erwarten, oder Draco-Meteor. Er roostet sich hier aber hoch, ich weiß, er kann mir nicht viel anhaben, selbst mit einem Psychoschock nicht, da ich physisch defensiv bin. Er wechselt hier aus, damit habe ich eigentlich, ich möchte nicht sagen, ich habe damit gerechnet, aber ich bin hier zur Sicherheit auf den Wunschtraum gegangen, denn egal was er macht, Wunschtraum wäre so oder so eine gute Wahl gewesen. Ich kann hier jetzt auswechseln und in Cable gehen. Ich hätte in Lasho King wechseln sollen. Lasho King wäre der sinnvollste Switch gewesen, einfach um es wieder voll zu heilen und dann mit einem Flammenwurf anzugreifen. Ich weiß gerade nicht, warum ich in meinen Zappler angegangen bin. Auf jeden Fall bin ich auf Abschlag gegangen, klaue dem Nid-Kalgon hier die Maron-Behre und hier bereue ich, dass ich keine Elektro-Tacke drauf habe. Das genaue Moveset habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, ich habe Lichtkanone, Flammenwurf, Gigasauger... Angegen, gar nicht, das ist mein physisches, ne? Dann habe ich Kehrtwende, Abschlag, Feuerschlag und Eisenschweif, glaube ich. Ich glaube, das sind die Attacken, die ich hier drauf habe, weil ich nicht wirklich dachte, ich bräuchte eine Elektro-Attacke. Brauche ich auch nicht unbedingt, denn gegen Rotom komme ich auch anders klar. Zum Beispiel mit Tusk, welches die... Ich glaube, es hat hier in diesem Match-Up die Scope-Linse, um die Genauigkeit zu erhöhen. Hier sehen wir Samenbomben, sehr effektiv und ein Crit. Ich glaube, ich trage hier die Scope-Linse, da ich Mülltreffer drauf habe und falls der Florgis reinschickt, wollte ich mir sicher sein, dass ich damit treffe. Und hier sehen wir Samenbomben. Ich wollte auf den Feuerzahn gehen, der Feuerzahn hätte... Ich glaube, es gab eine recht geringe Chance, dass er nicht ausgereicht hätte gegen das Rotom. Aber dann war mein Gedanke, ich könnte das eh nicht One-Shotten. Aufgrund von Sturdy. Dann kann ich auch einfach sicher nochmal auf Seed-Bomb gehen. Gehe dann auf Feuerzahn, aber er schickt Latios rein. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir relativ sicher, dass er auf sowas wie einen Surfer gehen würde. Und schickt deswegen Elisabeth rein. Aber er geht tatsächlich einfach auf den Draco-Meteor. Was mir natürlich ein bisschen weh tut, aber... Wir sehen... Überlebens mit 28 KP. Er verliert Schaden... Er verliert Leben durch sein Life Orb. Und wir kriegen den Burn-Schaden überleben mit 3 KP. Und ja, hier wollen wir definitiv rauswechseln. Gehen wieder in Sweetheart, denn nichts, was er jetzt einsetzt... Könnte er uns was anhaben. Nehmen Schaden durch die Tarnsteine. Er geht auf den Psychoschock. Da wir physisch defensiv sind, ist uns das ziemlich egal. Macht zwar mehr Schaden, als ich gedacht habe, aber es ist nicht wirklich schlimm. Heile mich noch durch die Überreste hoch, was den Schaden natürlich noch mehr negiert. Und ich glaube hier... Macht er mehr als das Leben zur Hölle. Ne, noch nicht. Okay. Ich gehe hier auf eine Mondgewalt. Ich dachte, er prediktet meinen Wunschtraum. Und bleibt deswegen drin. Aber er hat die Mondgewalt prediktet sehr, sehr gut gespielt von ihm. War vielleicht auch die offensichtlichere Wahl. Aber ja, er geht hier auf den Voltwechsel. Ich bin hier jetzt auf den Wunschtraum gegangen, womit ich alles täusche. Er hat vermutlich mit dem Switch schon wie gerechnet, was durchaus Sinn gemacht hat. Und jetzt schickt er Bug of Death rein. Und Bug of Death macht mir unglaubliche Probleme, da ich Regirock nicht mehr dabei habe. Ich habe zwar zwei physisch-defensive Pokémon dabei, Sweetheart und mein Mandibus. Aber wir werden sehen, dass uns das nicht so viel bringt, wie es sollte. Er geht hier in seinen Mega-Pinsel natürlich... Mega-Pinsel war richtig. Geht auf den Schwerttanz. Und ja, damit können wir nochmal auf eine Mondgewalt gehen. Ich hatte gehofft, dass er nicht das Schwerttanz-Set ist. Wir sehen, wir machen ihm nicht annähernd genug Schaden. Und er wird jetzt einfach mit der Rückkehr draufhauen. Selbst bei 207 vollen KP one-shottet er uns damit. Und ich kann schon mal spoilern, das wird jetzt ein Mega-Pinsel-Sweep. Ich hatte mir hier gedacht, okay, wenn Black Lantern ein Ruck-Zoo-Keep tanken kann, haben wir eine Chance. Kannst du in Ruck-Zoo-Keep tanken? Nein. Denn er wusste wahrscheinlich, ich bin gescafft, ich bin auf jeden Fall schneller. Ich schicke hier jetzt Bam Bam rein. Wären die Tarnsteine nicht draußen, hätten wir das überlebt. Aber da die Tarnsteine leider draußen liegen, überleben wir es nicht. Wenn wir schaden durch den Boylen-Helm, bringt uns allerdings nicht allzu viel. Ist ärgerlich, dass er uns so weg-sweepen kann. Wären die Tarnsteine nicht draußen, wäre es auch kein Problem gewesen mit Tusk. Denn dann hätte Tusk ganz einfach mit Sturdy in Angriff überlebt und hätte es dann mit Feuerzahn rausgenommen. Aber ja. Leider, leider Ruck-Zoo-Keep war nicht besonders gut gespielt von mir, aber hey, was soll's. Hoffen wir, dass wir uns nächstes Mal von dieser Losings-Week erholen können. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Hoffen wir, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und dann Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020